märz wirkt brot bett seife der kanzler er will jetzt hier durchziehen bei den flüchtlingen es ist mal wieder schaumschlägerei ganz kurz vor einem wichtigen wahltermin ich bin gespannt ob sie am ende danach auch durchziehen werden und es gibt hier einen großen trick den olaf scholz hier anwendet um uns alle hinter die fichte zu führen oder am ende nur die grünen ich erkläre es dir in diesem video und damit erst mal herzlich willkommen bei politik mit kopf ich bin immer noch in den niederlanden aber in berlin ist quasi politisches erdbeben die sommerpause sie hat jetzt abrupt geendet die ganzen wichtigen politiker okay die sind eigentlich alle unwichtig aber die die sich für wichtig empfinden weil sie entscheiden können die sind auf einmal alle in berlin und so gibt es hier jetzt informelle gespräche zwischen den grünen zwischen der spd und der fdp also der sogenannten ampelregierung und jetzt auch von der cdu aber wie ist das ganze noch mal zustande gekommen frau esken hatte noch das angebot von friedrich merz abgelehnt über asyl fragen koalitionsübergreifend also auch mit der opposition zu sprechen daraufhin wenige minuten später hat olaf scholz dann öffentlich angekündigt es wird gespräche mit der opposition geben da bin ich gespannt ob sie am ende auch nur einen einzigen vertreter der afd mit an den tisch holen damit er wenigstens einmal die position vertreten kann ob sie dann gottfried curio sich wirklich anhören ich würde sagen einfach nein die frage ist allerdings ist das jetzt hier alles nur ein großes großes schauspiel vor den wahlen oder gibt es jetzt hier endlich zugzwang und wir sehen entscheidungen das entscheidende detail hat die bild zeitung geliefert als jetzt bekannt gegeben wurde welche delegationen denn hier verhandeln und für die grünen verhandelt nicht die außenministerin annalena baerbock sondern der wirtschaftsminister robert habeck für die spd macht es nicht nancy faeser nein nicht die abschiebe ministerin wenn man das so möchte sondern hubertus heil der mit den sozialleistungen für die flüchtlinge der soll es jetzt richten ganz mein humor und für die fdp da macht das selbstverständlich herr buschmann unser justizminister aber was am ende dabei herauskommt das werden wir sehen sie haben auch unterstützung sie haben zwei ministerpräsidenten dabei von der ministerpräsidentenkonferenz damit sie das ganz große rad jetzt drehen das ist zunächst einmal der all parteien trick dass man alle mit an den tisch holt alle an der entscheidung beteiligt damit wenn jetzt hier irgendetwas geändert wurde und es danach einen vorfall gibt man sagen kann wir haben gemeinsam alles getan alles in unserer macht stehende getan es ist hier wirklich phänomenal für die cdu ist übrigens der fraktionsgeschäftsführer und märz vertraute torsten frei hier mit dem boot torsten frei ist wirklich einer den kann man auch verhandeln lassen der weiß wie das große rad gedreht wird der war schon in der merkelzeit da der weiß wie sich die hebel der macht nicht nur anfühlen er hatte sie sogar auch schon öfters mal in der hand jetzt sollen sie wollen sie hier endlich mal wieder geltende rechtslage durchsetzen die dublin 3 verordnung soll jetzt wieder angewendet werden das heißt jeder der über die grenzen der bundesrepublik deutschland aus einem sicheren drittstaat kommt und das ist jeder unserer nachbarstaaten der hat kein anrecht auf asyl und soll zurückgeschoben werden die einzige grenze die damit noch offen ist ist der direkte seeweg an einen der nord- oder ostsee häfen beziehungsweise die einreise direkt mit dem flugzeug und mit dem flugzeug kommen gar nicht so wenige unterschätzt das mal nicht und das sind nicht die die hier in resettlement programmen kommen wo sowieso schon quasi bezahlte tickets haben sondern es gibt viele die es irgendwie in ein flugzeug schaffen dann mit umstieg in nahost da wird dann der aufenthaltstitel gar nicht so weit kontrolliert und dann sind sie auf einmal im schengen gebiet angekommen und können dann ihr asylbegehren einfach am flughafen äußern die abschiebungen sollen jetzt beschleunigt werden ganz mein humor die abschiebungen brauchen wir nicht beschleunigen wir brauchen endlich die anerkennung der magreb staaten als sichere herkunftsstaaten und endlich ein legitimes geeignetes druckmittel gegen alle staaten die sich weigern passpapiere auszusetzen wir also ich wäre dafür sehr harte maßnahmen wenn jetzt marokko hingeht und sagt sie stellen dem keine dokumente aus werden am nächsten tag alle marokkaner einfach ausgewiesen sie bekommen alle ihren aufenthaltsstatus entzogen alle die in deutschland sind und sollen nach hause gehen und mit solchen drohungen kann man die leute normalerweise relativ schnell zur kooperation bewegen wie sie das nennen ja etwas demokratie bringen würden die amerikaner sagen aber wenn die diplomaten hier in europa ihre diplomatenpässe auf einmal abgenommen bekommen und ihre diplomaten kennzeichen an den autos abgeschraubt werden sollen dann werden sie auf einmal noch ein mitarbeiter in der botschaft finden der sofort diese passersatzpapiere hier ausstellen kann da bin ich mir ziemlich sicher außerdem wollen sie jetzt den abgelehnten asylbewerbern das geld streichen das ist ja mal wieder phänomenal dass sie jetzt erst auf die idee kommen dass die leute die hier nicht sein dürfen auch gar nicht von uns bezahlt werden der witz ist es gibt so viele gerichtsurteile die sagen das dürften wir nicht machen dass man jetzt erstmal wirklich das große rad drehen muss das gesetz so weit ändern dass wir das verbieten dass wir dann zeit haben bis uns die rechtsprechung wieder einholt und da muss man so lange die gesetze ändern bis das endlich geht es gibt dann leute die sagen aufgrund der menschenwürde müssen wir den leuten immer irgendetwas bezahlen und dann sage ich nur wenn die leute hier legitimen aufenthalt haben definitiv ansonsten sitzen sie in abschiebehaft und warten bis sie gehen und da kriegen sie kein geld sondern ein obdach und eine warme mahlzeit am tag das war's ich bin gespannt ob die leute jetzt darauf reinfallen ob sie damit jetzt im osten irgendwie die fünf prozent retten können sei es in thüringen sei es in sachsen es ist wirklich schlimm bestellt um diese regierung aber ich bin gespannt auf deine meinung gehst du wählen warst du schon wählen bist du wahlbeobachter wie sieht das ganze aus wie sieht die stimmung aus bei deinen nachbarn wählen die jetzt alle blau haben die seit solingen jetzt genug habt ihr noch mehr zulauf verspüren können oder wie seht ihr das ganze ich bin gespannt auf deine meinung deswegen abonniere den kanal abonniere auch auswandern mit kopf meinem neuen zweitkanal ansonsten ich habe noch x in telegram und damit ciao bis bald